So, endlich siehst du wieder wie ein Mensch aus, dass du auch immer so lange wartest, bist du zum Friseur, gehst du geiziger alter Mistbock. Mich wundert bloß, dass du immer noch da bist. Ich hoffe seit einer Ewigkeit, dass du abkratzt und hier endlich jemand weitermacht, der was von seinem Handwerk versteht. Aber du bist ja nicht tot zu kriegen. Typisch für euch Spaghetti-Fressern. Ich krieg 10 Dollar von dir, Walt. 10 Mäuse? Herrgott, Martin, bist du ein halber Jude oder was? Immerzu wirst du teurer. Seit 5 Jahren kostet es bei mir 10 Dollar, du stures, bescheuertes, polacken Arschloch. Ja, den Rest kannst du behalten. Ich sehe dich in drei Wochen, Wichser. Auf keinen Fall früher, du Saftsack.